Hallo und herzlich willkommen zum Erklärvideo, wie integriere ich größere Dateien in dein Portfolio. Du hast bereits das Erklärvideo geschaut, wie du überhaupt Inhalte im Portfolio erstellst, deswegen habe ich mich hier schon eingeloggt und du kannst sofort sehen, wie wir hier größere Inhalte hinzufügen können. Die kannst du aufgrund der Speichermenge natürlich nicht direkt beim Speichern, deswegen musst du das über einen Umweg machen. Du kannst hier ganz normal eine Karte erstellen in deinem Portfolio. Diese Karte nimmst du dann, oder du nimmst dann Inhaltyp Text. Der Blogtitel ist dann mein Erklärvideo zur Induktion. Wählst Text und schon kannst du die Karte mal erstellen. Du kannst jetzt hier noch nichts hinzufügen, weil du die Datei erst extern speichern musst. Du hast diese Datei auf deinem Rechner, auf deinem Handy, auf deinem Tablet. Du kannst dich in dein Microsoft 365 Account einloggen und diese Datei dann drin speichern. Dazu gehst du auf die Webseite office.com oder möglicherweise hast du die OneDrive App e auf deinem Gerät und gehst dann in dein OneDrive. Und erstellst dann hier unter eigene Dateien, möglicherweise den Ordner, nennen wir Portfolio. Ordner erstellen, Dateien für Portfolio. Dann weißt du genau, hier sind deine Dateien abgelegt, die du im Portfolio verlinkt hast. In diesem Ordner gehst du dann rein und hier lädst du dann die größeren Dateien hoch. Dazu auf Neue hinzufügen, Dateien hochschalten. Du navigierst auf deinem Gerät zu den Dateien. Ich habe jetzt auf dem Desktop gespeichert, das Video hier zur Induktion. Und lade dieses Video hier jetzt hoch. Weil dieses Video in deinem OneDrive gespeichert ist, benötigt es keinen Speicherplatz auf deinem Portfolio. Und du kannst hier so viele, viele Videos auch hinterlegen. Du siehst, die Dateiglöße liegt hier schon bei 40 MB bei dem einen Erklärvideo. Also da würdest du die 50 MB-Grenze sehr schnell sprengen. So, um diese Datei jetzt in dein Portfolio zu verlinken, klickst du auf die Schaltfläche Teilen. Wählst hier bei den Einstellungen. Jeder kann das anschauen. Aber nur Anzeige. Hier umstellen bei Mehr Einstellungen. Dann übernimmst du das Ganze und kopierst diesen Link. So, wenn du das erledigt hast, gehst du zurück zu deinem Portfolio. Und bearbeitest deine Karte mit dem Erklärvideo nochmal. Und hier fügst du dann einen Link ein. Link einfügen oder bearbeiten. Die URL, das ist der Link, der nun in der Zwischenablage ist. Der kopiert es über STRG-V bzw. über Rechtsklick einfügen. Kannst du den Link einfügen. Den anzuzeigenden Text würde ich hier verkürzen, weil sonst wird es sehr unübersichtlich. Und dann lernst du das Link zum Erklärvideo meinetwegen. Neues Fenster. Du brauchst nicht auf eine Linkliste setzen. Und schon. Das ist erledigt. Speicherst das Ganze. Und nochmal auf Speichern. Und dann ist dein Link zum Erklärvideo schon drin. Wenn du jetzt dieses Portfolio teilst und jemand klickt auf diesen Link, dann öffnet sich die Datei in einem neuen Fenster und du kannst dieses Video dann anschauen. Da brauchst du dann keinen Speicherplatz auf deinem Portfolio. Das war es schon mit diesem Tipp. Ich hoffe, der hilft und das gut erklärt. Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich einfach. Viel Spaß beim Hochladen.